Deutschland ist ein Tischtennis-begeistertes Land. Die Weltmeisterschaft 2017 in Düsseldorf hat diesen spannenden Sport noch beliebter gemacht. Ich freue mich deshalb sehr, dass sich der Deutsche Tischtennisbund um die Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2023 bewirbt. Es wäre eine Freude und Ehre für Deutschland, 2023 wieder Gastgeber für die Tischtenniswelt zu sein. Deshalb sage ich schon jetzt herzlich willkommen!